Kremens, ich mach hier die Tür auf und geh von hinten. Fuse und Jekyll oben. Direkt rüber. Wollt ihr die Bär zu machen? Jaja. Kremens, hast du einen ganz witziger. Ich hab Block hier... Du bist ein Unterschied, ich wusste ja nicht ob du... Okay. Okay. Ähm... Nee! Hör doch, hör doch, hör doch. Boah, Krems, da hatten wir aber beide Glück. Gekonnt. Sorry, meins natürlich auch. Okay, wir greifen jetzt als drei. Okay. Eine Drohne hat mich entdeckt. Die wissen nicht, dass wir zu Drifter kommen. Er ist da. Wow, von hinten. Wo? Oder? Warte. 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 Ob 4 hat den Biohazard-Container Wir haben jetzt nichts für einen Dropper, oder? Er ist da, er ist zweiter schon Oh, Alter Das war's vielleicht Ah, Mann, der pusht mich Vielleicht da oben steht noch einer, Jekyll Der ist schon tot Ich hab noch draußen geguckt, wusste ich, dass einer schon direkt im Raum ist So, ja Mach keiner, bleib da doch Bleib safe Draußen, Haupteingang Ja, komm mal runter Bleib safe hier Da würde ich halt nicht lang laufen gerade Secure dran steht, wird gedrückt Längs Bis oben Geh weg Geh weg Geh weg Lass sie runterkommen Lass sie Lass sie Lass sie Lass sie Lass sie Was, dass es gewesen wäre Ja, was Gottes Welt Du wirst ja so, ja ne, die kriegste nicht Gut Dann wie hab ich noch hunger, ich hab grad ne Gast, ob du jetzt kliessen und trotzdem noch Hunger Viel Spaß. Ja, das ist doch. Du mutierst hier zum Clemens? Nein. Nein! Okay, auch noch nicht mal annähernd. Fletch unten. Und auch noch ein Blackbill. Ich bin mal AfK. Wie, was? Er hat die Pizza im Ofen vergessen. Bist du jetzt wirklich AfK, oder war das nur Spaß? Er ist wirklich weg. Nein, Spaß. Nein, natürlich nicht. Hätte es sein können? Ähm... Okay. Äh... BTF! Du noch rechts, du noch rechts, du noch rechts. Letzter rechts. Da, ganz rechts! Boden rechts! Noch weiter rechts! Ganz rechts! Nein, nein, nein! Nein, nein! Du wärst unser Held gewesen, Mensch! Oh Mann, Mario, du noch einmal das Richtige! Alter, was hast du... Was war das? Oh mein Gott! Oh Gott! Die Map wurde nicht gewechselt. Das kriegen wir mit raus. Verdammt! Hey, ich hab die SS-Auswaltung geschafft. SS. Keine Postbar. Ich hab die SS-Auswaltung geschafft. Da ist der größtesten Bursch. Nicht mehr. Oben. Ah! 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 Wann nicht! Wann nicht! Wann nicht! Wann nicht! Oh Scheiße, da ist eine komplette Wand ja oben drüben. Immer wenn er stirbt, boah... Deswegen fliehen wir einen Forst, man hat die auch. Ja, ich hatte oben einen Forst. Ja, und da ist Nibana, die macht noch was auf. Uh! Komplette Nebenraum wird gerade auf. Ja! Die sind ja auch von mir nebenan. Adios, Amigos! Das ist gut. Ja, ist wirklich, ne? Ist getroppt. Einer hat irgendeine Wand nicht gesehen. Ja, ist getroppt. Ist getroppt. Na, Vicky! Hab doch beide! Oh! Blitzt ist er noch da! Der ist drin, ne? Ja, ja. Er zählt auf dich, quasi. Er zählt! Ah ne, jetzt ist er halt drin. Ich renne da weg jetzt erst mal. Wieso? Ich will nicht von hinten gepusht werden. Du musst die von hinten gepusht. Ja, ja, der ist jetzt links, ne? Da! Schön! Unten, unten, rechts. Ja, unten, unten, rechts. Das ist bei mir, ne? Ja, ja. Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! So! Na gut, super! Einer noch! Komm! Gib mir das Ace! Ich such ihn. Find ihn nicht. Bleib mal im Balkon auf jeden Fall beschieden. 5 Sekunden left. Oh! Schade! Nice! Ich hab'n Verletzungs-Assist bekommen. Nice! Wie auch immer dabei. Er ist halt rein geflogen dabei. Ich hab'n verletzt geschossen. Ja, das ist so mies. Das zählt doch als Ace, oder? Eigentlich schon, eigentlich schon. Du hättest ihn eigentlich gekillt. Ey, komm, dass der da rein fliegt. Oh, das ist, das ist wirklich mies. Das ist richtig asozial. Bestes Spiel ever. Weißt du? Du hättest ihn so, fuck! Fick dich, ich spring noch in die Matte rein. Ja. Er schenkt mir noch nicht mehr das Ace. Was für'n Pasta. Aber trotzdem, super live, super lieb. Äh. Weil ich so... Unten ist's offen, oder? Ich hab'n... Ey, ich hab'n noch zerstört! Wie kann ich in der Willkommenswatte sein und die gleichzeitig zerstört haben? Ich weiß halt nicht, ob der jetzt hochkommt, ne? Pass auf die Treppe auf, Alex! Alex! Auf die Treppe! Ich hab' sie zerstört, aber wir sind trotzdem drin. Prostasi. Ähm. Wie ist das möglich? Was soll ich denn mal? So und voll Spaß der Typ vor mir auf der Treppe. Ja, dafür spiel ich's nicht schlecht. Bei mir auf der Treppe sind... Warte, ich geh mit der Drohne lang. Oh Leute. Mann ey, da hatte da bald jemand. Bei mir auf der Treppe ist da einer. Puls. Dreck vor mir. Wird angerufen. Oh, muss ich jetzt entscheiden. Gerne. Als absolut jetzt. Auf der Treppe, ne? Um links, um links, um links. Alles gut. Jetzt hab ich ihn nicht getroffen hab. Okay, Tür, 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 Tür. Hä, jetzt glaub ich ihn nicht getroffen hab. Das ist halt scheiße. Ja, das glaub ich auch. Aber ich bin immer nicht letzter. Halt ihn doch. Was bist du denn für ein Ossi, Alter. So, ich bin wieder da. Ähm, hab ich was verpasst? Ja. Was war los? Aber anstatt dass du ihn haltet, einfach mal... Ich hatte nur eine Hand. Ja, ey. Du halb. Ja, das glaub ich jetzt zwei Minuten. Heißer. Bis zum nächsten Mal.